So Leute, ich bin heute in Bremen. Ich wurde eingeladen zu einem Insta-Walk and Roll. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So meine Lieben, ich bin jetzt hier auf dem ehemaligen Tehrhof auf der Dachterrasse. Der Insta-Walk and Roll, wie ihr hören könnt, ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir sehr gefallen. Wir haben ein traumhaftes Wetter genossen. Die haben das alles gut organisiert. Schaut mal gerne rein bei Bremen-Barrierefrei. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr mal in Bremen seid, packe ich euch noch die Kontaktdaten von dem Führer heute hinein. Er hat weniger Fakten erzählt, beziehungsweise Zahlen. Er hat dafür das lustig gestaltet. Also, wenn ihr hier eine Stadttour haben wollt, wendet euch an den Pierre. Ich bedanke mich für den Insta-Walk and Roll bei den Organisatoren. Es war eine sehr informative Veranstaltung. Ich bin mittlerweile sehr durchgeschwitzt, beziehungsweise künstlich durchgeschwitzt durch Wasser auf dem Shirt, weil es heiß ist. Ich muss raus aus der Sonne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Cheerio!